Ok und da sind wir wieder zu Stardew Valley. Wir sind in der zweiten Hälfte vom Herbst. Das große Fest steht an. Wir haben ja extra schon die Ausstellung vorbereitet. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Stardew Valley, genau, das ist direkt am 16. Die Geister sind nicht so auf unserer Seite. Das Ding ist, ich möchte eigentlich möglichst schnell einen prismatischen Splitter haben, damit wir den gegen das Galaxy Sword eintauschen können. Aber bisher sah es, was das angeht, noch ziemlich mau aus. Oh, hier liegt jede Menge an Obst. Brauche ich noch irgendwas davon fürs Center? Nein, sieht nicht so aus. Ok, dann jagen wir das nämlich mal eben durch die Fässer durch. Wieso seid ihr eigentlich uns umreden? Habt ihr... Ihr müsst doch... Hä? Ihr müsstet doch Futter haben. Ihr müsstet doch Futter... Hä? Also ich hatte eigentlich im Kopf, dass das erste Upgrade von den Ställen schon automatische Fütterung hat. Anscheinend nicht. Weil das erklärt natürlich, wieso sie nicht so happy sind. Wir packen die Eier einfach mal weg. So, wie sieht's aus? Von wegen... Genau, Robin ist gerade da am Arbeiten mit dem dritten Silo. Genau, die Bäume können wir regelmäßig mal überprüfen, weil das ist wichtig. Ansonsten ist eher fraglich, was wir im Moment groß machen können. Mine oder halt hier aufräumen. Ich denke, aufräumen macht mehr Sinn halt für Tage, wo wenig Glück da ist. Dann kriegen wir auch wieder auch mal die ganzen Salate weg. Wenn wir jetzt wohl die goldene Axt haben, ist das auch mal ein bisschen lukrativer. Also zumindest was Energie angeht. Okay, das sah aus, als würde da ein Stein hinterliegen. Und ich muss sagen, ich habe überlegt, mich mal mit Animation Cancelling zu befassen, aber ich fand bis jetzt noch keine schöne Methode dafür. Ich denke, wir sollten uns schon mal überlegen, dass wir... Sobald Robin mit dem durch ist, das wäre ja dann... Ja gut, morgen können wir jetzt nicht in Auftrag geben. Aber dass wir schon mal die letzten Stall-Upgrades in Auftrag geben, damit wir auch Zugang zu allen Tieren haben. Haben wir eigentlich schon eine Ente? Ich meine, wir müssten doch jetzt eine Ente kaufen können. Das sollten wir vielleicht mal tun, bevor wir hier die ganze Zeit rumeiern. Oder ne, warte, wir haben eine Ente gekauft. Stimmt, die Ente war... Äh... Eine Ente und es ist ein Küken unterwegs, weil wir das eine Ei ja in den Inkubator gepackt haben. Aber hat... Müssten wir nicht auch ein neues Tier kaufen können? Von, äh... Vom Stall? Ja, ich suche deine Tante Marnie. Wo ist deine Tante Marnie? Ich muss die Stalker-Karte referenzieren. Marnie? Achso, die ist ja irgendwie... Die hat ja irgendwie ihre Selbsthilfe-Gruppe da oben. Oder... Yoga oder was das ist. Mit Carolyn und so. Stimmt, da war was. Acht Hartholz. Mhm. Hm? 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 Vielen Dank. Oh, wenn ich nicht überall dieser Shit wäre. Und dieser ganze Kleinscheiße, wie man ständig das Werkzeug wechseln muss. Das ist wirklich sehr nervig. Okay, das war ungünstig. Ja, ich glaube, das mit dem hier ist tatsächlich eine gute Idee. Auch weil das ganze Gras geht ja sowieso im Winter weg. Also wenn ich es als Heu einsetzen will, dann sollten wir das jetzt tun. Stimmt, wir müssten jetzt eigentlich... Also wir müssen mal gucken, wenn Marnie wieder da ist. Na, Marnie ist da! Wir gehen mal schnell hin, bevor sie zumacht und wieder anfängt, die Mikrowelle anzustarren. Weil sie müsste uns jetzt eigentlich auch Ziegen verkaufen. Und wir haben ja gerade mal Geld. Marnie! Ja, ich mag auch Tiere. Ich will, dass du mir welche verkaufst. Also komm rüber! Ich hätte diese Frau nie verstehen. Jetzt steht sie einfach da und starrt die Mikrowelle an. Sie hätte gerade das Geschäft ihres Lebens machen können. Okay. Das war's für heute. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich nur die ausgewachsenen Bäume. Der Rest darf ruhig noch zu Ende wachsen, um mehr Dings zu gehen. Hi Lars, willkommen zum Stream. Die Mikro anzustehen ist aber auch hypnotisierend, ohne zu hören, wenn man auf sein leckeres Essen wartet. Aber was kocht sie denn sieben Stunden lang in der Mikrowelle? Dass sie da so lange drauf schauen kann. So, und halt für Salat. Das ist auch so ein Ding, habe ich die Tage in YouTube-Short gesehen. Robin baut ja jetzt gerade für 100 Gold uns ein Silo. Das kostet sie 24 Stunden, die sie durcharbeitet. Also im Prinzip 5 Gold pro Stunde, die sie verdient. Und davon kann sie sich dann bei Gas im Saloon nicht mal einen halben Salat leisten. Also ja, die Wirtschaft in Stardew Valley ist schon ziemlich kaputt. Also ja, die Wirtschaft in Stardew Valley ist schon ziemlich kaputt. Alles so ein bisschen verzerrt. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen unvermeidlich, ne? Aber da hilft es halt eigentlich, wenn man eine grobe Idee hat, wie viel die Ingame-Währung so im Vergleich zu echtem Geld sein soll. Ich meine, bei Sims, die Demolion könnten locker halt eigentlich zum Beispiel normale Preise halt versuchen zu imitieren. Ich meine, bei Sims, wie viel die Ingame-Währung so imitieren. Dieser ganze Kleinscheiß, der nervt. Das kann ich nicht anders sagen. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir auch eigentlich bis 2 Uhr nachts aufbleiben können. Oder zumindest annähernd. Weil wir haben so viel Energie und auch so viel zu verputtern, dass Energie halt einfach gar kein Flaschenhals ist. Und das wird auch noch sowieso noch heftiger, wenn wir dann morgen unseren dritten Stardrop kriegen. Aber ich finde es tatsächlich krass, dass selbst mit nur einem Stardrop noch nicht mal... Eigentlich, sobald man Sprinkler hat, wird Energie... Hört Energie auf, der Flaschenhals für irgendwas zu sein. Was halt leider auch den Span ein bisschen sinnlos macht. Ähm, Mixed Seeds, Frozen Geode... Ähm, Mixed Seeds, Frozen Geode... Hier... Boom... Stimmt, hier Zap haben wir auch genug. Das Ding ist, jetzt sehen wir halt langsam nichts mehr. Da, also... Was? Da, da... Ja, da, da... Das Ding ist, jetzt sehen wir halt nicht. Da, da, da. Da, da, da... Da, 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 da... Da, da, da... Da, da... Da, da, da... Da, da, da... Da, 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 da... Da, da, da... Da, da, da... Das war's für heute. So, hier, 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 das. Das packen wir weg. So, die Frage ist, ich denke mal, wir können morgen nicht zu Robin. Ja, und sonnig. Heute ist natürlich ein gutes Glück, aber es ist okay. Na, Ennchen? Oh, ein Küken ist geschlüpft. Was machen wir mit dem Küken? Wie nennen wir es? Hm. Das gibt ja zufalls. Ist ja auch mal irgendwas anständiges dabei. Ja, nehmen wir das. Oh, jetzt schon ein Enten-Ei. Das können wir zum Community-Center geben. Money. Money. So, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wenn wir zum Fest gehen, dass wir unsere Sachen dabei haben. Oh, Korn. Korn brauchen wir nämlich noch hier für das Community-Center. Korn. 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 Abgeschlossen. Ja, super. Marnie, beeil dich. Ich möchte gerne noch eine Ziegel kaufen. Okay, nope, das hat alles keinen Zweck. Also Sachen holen und ab auf Sest. Okay, das Ding nervt. Hi Pam, willst du nicht zum Fest gehen? Ähm, ich wollte schon sagen, hä? Wieso wollte ich mich jetzt nicht bewegen? So, wir wollen die Rare Crow, wir wollen den Star Drop. Triple Shot Espresso könnte man hier auch farmen. Wow, sogar mit einer halbwegs Ordnung. Also die Anordnung ist egal, soviel ich weiß, aber sogar mit einer Anordnung, die es hin ergibt. Ich glaube, wir wissen, dass es gut ist, aber mein... Das ist ziemlich schwach. Wie fang ich so, Pierre ist... Ja, gut. Pierre hat ein bisschen mehr... Äh, Vielfalt, aber... Das sieht auch nicht schlecht aus, was du hier hast. Wer bist du? Das größte Käserat, das ich je gesehen habe. So, wo ist Louis? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Louis sprechen müssen. Ja, Vincent ist so muu. Ja, Vincent, sehr gut. Na, geht's rein. Sieht nicht sehr glücklich aus. Wo ist Louis? Ach, jetzt ist Pam doch hier. Abigail läuft auch hier rum. Da ist Louis. Ach, hier oben geht es ja auch noch weiter. Hier oben war ich tatsächlich gar nicht. So. Was hat der Zauberer zu der Wahrsagerin zu sagen? Okay. Er approved. Was? Ich bin im Krankenhaus und Demetrius wacht über mich, während ich schlafe. Bitte? Nein, ich werde nichts mit irgendeiner Lady anfangen. Das wirkt schon wesentlich realistischer. Also anscheinend will sie mich mit Maru verkuppeln, aber das wird nicht passieren. Und dann sind wir die Zauberer. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe immerhin einen legendären Fisch da drin, ja? Und zwei Diamanten. Hat Willi noch was dazu zu sagen? Hat wenig Punkte bekommen, weil Louis keine Fische mag. Sie hat nicht gewonnen. Er hat auch nicht gewonnen. Ja, Mann! Erster Platz mit 102 Punkten. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie viel man für den ersten Platz braucht. 100 oder 80 Punkte? So, jetzt für ein Glücksspiel. Es war auf grün und ich will 500. Komm, mit dem Glück, was wir haben, müssten wir nur 90% Chance haben, dass grün gewinnt. Dann halt nicht. Ach, komm schon. Sag mal... Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Trick noch funktioniert. Sag mal, was ist denn los? Grün hat 90% Chance. Oder 75% im schlimmsten Fall. Und ich glaube, 90% wird bei gutem Glück. Also, das kann eigentlich gerade alles nicht sein hier. Besser fange ich mit 1000 Star Tokens an und verliere dann so hart. Sag mal, Spiel. Das ist wohl besser kein Casino aussuchen. Nicht! Ich spiel mal ein bisschen konservativer hier. Knapp, aber nehme ich... Also, dafür, dass ich heute eigentlich gutes Glück haben soll, ist grün im Moment ziemlich... Also, es möchte irgendwie nicht. Also, es zieht sich jetzt wesentlich länger, als es müsste, wenn ich bedenke, dass ich jetzt schon über 1000 Star Tokens verloren habe. Ich werde garantiert kein Geld in Star Tokens investieren. Das kannst du sowas von vergessen. Spiel! Ich wette, wenn ich jetzt auf orange gehe, dann... Geht es auf einmal nicht mehr. Moment, wir probieren mal die anderen Sachen aus, die dazugekommen sind. Zählt das eigentlich auch für meine Fishing-Skill? Ich meine, ich habe den zwar schon auf 10, aber... Gibt perfekt mehr Punkte. Also, wenn ich nicht wüsste, dass das Glücksrad immer noch funktioniert, würde ich ja sagen, das Glücksrad wurde genervt, aber ich weiß, dass es nicht so ist. ... ... ... Kaffee Perfektionsbonus 412. Ja geil, also eigentlich ist das Ding schon mal ziemlich op. So, 150. So ist brav, grün 200. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt funktioniert das Glücksrad so wie es soll. Das war aber ein sehr müder Schwung hier, aber soll mir recht sein. Und von dort. So soll das sein hier. So, wir haben was wir wollten. So, Rarecrow und Stardrop. So, wir lassen die Kiste mal wie sie ist. So, komm, wo wir schon dabei sind, wir können ins Community Center gehen noch gerade und geben die zwei Sachen ab, damit ihr das Inventar nicht weiter zumüllen. So, Animal Bundle. So, die großen Eier kriegen wir erst, wenn unsere Hühner uns so zufrieden sind. So, die großen Eier sind. Die Vogelscheuche, die können wir auch noch verteilen. Sepp gibt einfach zwei Gold, wusste ich gar nicht. Ich hatte mir tatsächlich im Kopf, dass das gar nichts gibt. Tulzliches Glück, sehr gut. Sieht nicht so aus, als gäbe es Obst, aber wir können die Tiere füttern. Okay, müssen wir gar nicht. So, alle Tiere einmal streichen. Äh, streichen vor allem. Einmal streicheln. So, ich hätte jetzt gerne das Marnie mir langsam meine Ziege verkauft. So, was brauche ich für mehr von denen? Kupfer und Eisen. Kupfer habe ich ziemlich wenig. 1, 2, 3, okay. Und dann gehen wir auch schon mal ein paar Steine ab. Wobei, wenn wir, das wissen wir gar nicht, weil, wenn wir vorher zu Robin gehen und was in Auftrag geben, ist das auch okay. Ich überlege gerade, war da nicht was, dass Ziegen... Irgendein Tier war total schlecht. Waren es Ziegen? Weil die Wolle kriegt man, glaube ich, ja auch von den Hasen. Und irgendwie deswegen sind Ziegen, glaube ich, ziemlich überflüssig. Aber eine möchte ich trotzdem haben. Komm schon, Marnie. Ich möchte Business mit dir machen. Das klang jetzt falsch. Also nicht die Art von Business. So, Tiere kaufen. Eine Ziege. Und wir nennen sie... Wir nennen sie Goat Daddy. Sieht noch ein bisschen mehr wie ein Astriel aus, als wie ein Asgore, aber okay. Warte, falsche Richtung. Also nicht die Art von Business. Farm Buildings. Unlocks Rebels und Auto-Feed System. Sehr gut. Maimaru. Metall. Meinst du, du magst Eisen? Interessant. Stimmt, wir hatten ja auch noch... Gold Quality Vegetable. Stimmt, da war was. Das sollten wir nicht vergessen. Oh, das haben wir noch nicht. Oh, das haben wir noch nicht. Was für eine Etage hier. Das ist doch viel besser. So, Quarz brauchen wir auch. Wir sollten auf jeden Fall vorbereiten, dass wir noch ein paar Sprinkler machen. Für das Gewächshaus. какés auch noch ein accord. Monsterfleisch, aber sonst sieht das eher lame hier aus. So, die großen Steine nehme ich mit. Warte, da ist noch ein Aquamarine. Ja, ich hoffe mein Inventar ist nicht gleich schon wieder voll. So, ich hoffe mein Inventar ist nicht gleich schon wieder voll. Aber ich hab, finde irgendwie erstaunlich viel Kohle im Moment. Und wie soll's recht sein, Kohle war zeitweise echter Flaschenalz. So, ich hoffe mein Inventar ist nicht gleich schon wieder voll. Wow. Genau, gib mir Kupfer. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn in diesen Fässern mal irgendwas drin wäre, aber die meisten Zeit sind sie einfach leer. Uh, Staubgeister. Hallo? Oh, Staubgeister. Oh, Staubgeister. Daubgeister. Hier oben ist schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch mehr? Ja, es sind vier Stück, glaube ich. Ja. Das Ding ist, manchmal hüpfen die ja ineinander, deswegen sind sie echt schwer zu zählen. Oder können echt schwer zu zählen sein. So, 45, Moment. Okay. Okay, ich krieg aus der Mülltonne für die Dinger genauso viel wie, äh, aus dem Container. Okay. 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 Oh, Overrun with Monsters, aber bitte mit den Staubgeistern. Ein Weg nach unten ist der Schienen. Interessant, wo ist der? Irgendwo weit ab jeder Zivilisation hier. Okay. 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 So, wir verlassen die Mine. So, Geoden können wir auch bald mal wieder öffnen. So, Geoden können wir auch bald wieder öffnen. Okay, wir haben heute kein Glück. Aber dafür haben wir Stonks. So, wir sind eigentlich langsam an einem Punkt. Wo wir auch melken können, oder? Das heißt, wir sollten mal so einen Milcheimer kaufen. Und so ein Heizgerät ist vielleicht auch eine gute Idee, weil ja bald Winter ist. Will man einen Heizgerät nicht in meinem Community-Center? Äh, das weiß ich nicht mehr. Kann sein. Wenn du gucken willst, in welchem Bundle kannst du das gerne tun. Vielleicht müssen wir da nur einen kaufen. Hmm. So, Cranberries verticken wir. Im Futter-Bundle, dafür brauchen wir glaube ich noch mehr Äpfel. Also wichtig fände ich es gerade bei den Kleintieren, weil wir da viele verschiedene Sachen rauskriegen. Genau, Weizen. Habe ich Weizen gemacht? Heu habe ich auf jeden Fall gemacht. Weizen weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Ich meine, wir hätten extra welches angebaut. Wir schauen da jetzt gleich mal vorbei. Ich will eh mal gucken, ob wir eine Rainbow Shell finden, weil die sollen wir ja zum Bahnhof bringen. Äpfel, wo läufst du? Marnie? Marnie? Was wird das? Gott, verdammt, Girl. Lässt du hier kommen rein, willst du was kaufen? Marnie einfach, nope. Ich geh woanders hin. So, theoretisch könnten wir morgen versuchen, einen Iridium-Springner zu kriegen von Krobus. Aber ich glaube, der kostet 10.000. Und was haben wir hier? Zählt das schon? Okay, ist egal. Wir kriegen das auf jeden Fall. 67 Holz, das geht aber gar nicht. Wir müssten doch inzwischen so viel überhaben. Dass wir die Brücke da mal reparieren können. Wir müssen doch inzwischen so viel überhaben. Marnie. Brauchst du etwas? Was passiert, wenn ich dir einen Eisenbarren gebe? Okay, das mochte sie nicht. Aber sie hat Geburtstag heute. Das hätte ich ausnutzen können. Okay, ich behalte aber auch nur ihre Lieblings-Items. Was sie nicht mag, wird gar nicht erst festgehalten. Ich hätte das jetzt nutzen können, wenn sie ihren Diamanten geben müssen. Dann könnte ich auch eigentlich in ihr Zimmer und die Shorts holen. Und wenn ich sie nicht mag, Mix. Und dann. Sehr Serie. Und dann. ís sentido copyright 1990 an. Da müssen wir sie anschauen. Und dann ein Musil- onda sie nicht. Und dann portrayed das ause. So, wir gucken einfach mal, ob wir schon Stroh haben. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Äh, Vorderbahn. Genau, Weed brauchen wir und Äpfel. Einen Apfel haben wir. Wir kriegen sie halt nur durch die, äh, durch die Obsthöhle. Hayley will eine Höhlenkarotte. Also manchmal tun sich Abgründe hier auf. Aber, wenn sie unbedingt möchte, wahrscheinlich für irgendein Insta-Foto. Irgendeine Challenge wahrscheinlich auf TikTok. Ich würde schon sagen, Cave Carrot habe ich doch hier. Ah! 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 So, ähm, dem kommt hier rein, Haley ist gerade, Haley hängt gerade oben am Brunnen rum. Hi Abigail, Abigail hat gerade kein Interesse an uns reden, wahrscheinlich hätte ich sie einfach mit einem Amethysten bestechen können. Moment, so, wow, ein Tannenzapfen. Hi Schnecky. Okay. 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 So, manches davon ist doch, glaube ich, auch für Screen-D-Center relevant. Sonst mal gucken. Nee, nichts davon. Okay. Okay. So, dann räumen wir hier mal noch ein bisschen auf. So, dann räumen wir hier mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das Ding muss ich auch noch irgendwie verschieben, das steht da total fehl am Platz. So, das Ding muss ich auch noch irgendwie verschieben, das Ding muss ich auch noch irgendwie verschieben. So, das Ding muss ich auch noch irgendwie verschieben, das Ding muss ich auch noch nicht verschieben. Ah, ja, mehr Holz, bitte. Es wird schon wieder so dunkel. Man sieht nichts. Das ist doch alles uncool. Ich glaube, das war der Schaden, von dem auch vor ein paar Tagen hierhin war. Was soll das heißen, sie versucht zu schlafen? Siehst du wohl ins Haus? Ich habe keine Lust, dass das Tier gerissen wird. Ich habe keine Lust, dass das Tier gerissen wird. Ich habe keine Lust, dass das Tier gerissen wird. Moment, falsche Kiste. Boom, boom. Hier. Hier. Warp Totem. Stonks. Very displeased today. Okay, also auch eher nicht so gut. Und ich kriege einfach Geld. Ein Kürbis. Da haben die beiden aber Glück. Es wird langsam mal Zeit für große Eier, ihr Lieben. Hier ist nichts. Das sind zwei weitere Tree Tapper, die ich einsetzen kann. Das sind zwei weitere Tree Tapper, die ich einsetzen kann. interesting. Däufern. hungry. So, so, diesmal geben wir mal an, hier hat wirklich einen Diamant. Wow. Komm schon. Neun, und du verkaufst mir gefälligst. Ein Milcheimer. So, und Heizung. Oh, und wir können ja jetzt auch noch Tiere kaufen. Moment. Wir holen uns auch einen Hasen. Und wir nennen ihn... Komm. Ruhe in Frieden. Hi, Vincent. Oh nein. Mama macht Gemüsesuppe. Wie schlimm. Ich kenne dich nicht. Warte. So, das mag sie. Wie viele Herzen haben wir jetzt mit ihr? Marnie. Immer noch nur eins. Dann einmal zu Krobus. Hey,... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit. Oh shit. Oh, da haben wir doch nochmal Schlimmeres verhindert. So. So, noch zu Robin und den anderen Stell upgraden. Wir sollten genug haben, aber ich denke, wir nehmen da noch ein bisschen was mit. Ich denke mal, so 500 Holz sollten wir schon haben. So. 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 So, und die Mayonnaise-Maschine. Davon machen wir mal zwei. So, da wir die Eier immer hier drin finden, packen wir das mal schön hier rein. Wir gehen mal zu Clint. Wir müssen sowieso noch das eine Ding abgeben, dann können wir auch die Geoden mal aufmachen. Oh, das hatten wir glaube ich noch nicht. Doch, hatten wir anscheinend schon. Das hatten wir noch nicht. Wow. Wow. Wir laufen noch einmal durch Penny durch. Und, was hast du für mich? Wow. Wow. Das war's. So, ein Stuhl. Komm, wir machen mal gerade eine Kiste, dann packen wir den Sprengler schon mal hier rein. Dann gehen wir einmal in den geheimen Wald und holen das Hartholz, wir haben ja gerade einiges für die Käsepresse ausgegeben. Oh, was hat denn der fahrende Händler? Kaktusfrucht. Nur im Sommer für 7500 habe ich eigentlich nicht so ein Rieseninteresse dran. Obstbäume sind, finde ich, ein bisschen unterpowered. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Was sie vermutlich mal machen könnten, wäre... in der Dingsangeln gehen, in der Kanalisation. Wobei ich glaube, dass... Ich glaube, das bringt nicht mal so viel. Ich glaube, für das Community Center war da einer der Spezialfische. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es gibt auf jeden Fall einen legendären Fisch da, aber ich glaube, das ist höchstens für das nächste Fest wichtig. Also für nächstes Jahr Stardew Valley Fair. Falls wir da überhaupt teilnehmen wollen. Ich meine, wir könnten im Prinzip die gleichen Items dann nochmal einreichen. Hm? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, langsam müssen wir auf den Wald unten zurückgreifen Manifest schon bestellt? Tatsächlich? Nein So, Käse wird unser neuer Bestar-Freund, glaube ich So, Käse wird unser neuer Bestar-Freund, glaube ich Mensch, ich glaube, da haben wir die Farm schon gut sauber gemacht. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, einfach mal neue Bäume zu pflanzen. Ich glaube, wir sind hier. 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 Wir haben hier. Wir sind hier. Wir sind hier. So, wo ist Carolyn? Ja, ich habe vorgescheuchen auf meiner Farm. Wenn du herkommst und gucken gehst, dafür werde ich dich garantiert nicht abhalten, dann wüsstest du das auch. So, komm, den einen Kürbis holen wir noch, dann gebe ich den ins Community Center, dann fehlt wirklich nur noch das eine Bundle, damit wir das Gewächshaus kriegen. Das wäre mir wirklich wichtig, bevor der Winter anbricht. Aber Moment, habe ich noch meine Zweifel, dass das klappt? 13 Tage gebrochen, Dieb. Dieb. So, dann haben wir endlich das auch erledigt. Genau, das gibt ein Bienenhaus. Und der Honig ist, glaube ich, auch noch etwas, was wir fürs Bundle brauchen. Ich glaube, eine Portion wilder Honig genügt schon. Waha! Waha! Können wir dieuert 특별? Wir können die anderen Haare äh! Oh! Waha! 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 Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist alles Viele Skelette, wenig Staubgeister Was will ich mit noch einem Knochen-Schwert? Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, ein einziger Starbgeist. Ich bin bei allen rockt. 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 Eisen! Ja, bitte! Neat. All of it. All of it. All of it. All of it. So, I'm not going to sink in. Also, mein Wasserverbrauch ist beim Streamen irgendwie mal ziemlich hoch. Und seit ich diesem neuen Mikrofon habe, komme ich ständig dagegen. Das ist echt nicht schön. Alles klar. Dann schlaft gut, Creative. Okay. So. 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 Okay, nichts interessantes. Mining 9, immer noch. Komm schon, ich will endlich Mining Level 10 haben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal nach einer Mod gucken muss, ob es da genauere Skill-Leisten gibt. Oh. 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 Komm schon, ich will langsam mal einen prismatischen Splitter haben. Hm. Oh. 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 Da ist der Fisch. Ha. Sehr gut. Den brauchen wir nämlich noch, aber die Kristallfrucht brauchen wir nicht mehr. Dang. Und jetzt ist er. Och. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hallo ja endlich ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab tatsächlich sogar ein paar Bomben im Inventar. Das hab ich gar nicht gemerkt. Das war's für heute. 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 So, 50% mehr für Eisenwaren. Also generell für Metallwaren. Da haben wir fast genug für... Für das Ding. Für das Stahlupgrade. Das war's für heute. So, das Ding ist, die Spirits sind mal wieder nicht happy. Wir könnten versuchen, bei Clint was zu verticken, um auf die 25.000 zu kommen. Aber erst mal zum Strand. Und was haben wir hier? Und was haben wir hier? Trash in the water. Trash in the water. Das können Sie auch haben. Und was haben wir hier? Und was haben wir hier? Und was haben wir hier? Die Spirits sind auch. Die Spirits sind so sehr wichtig. Und dann haben wir hier. Das war zu spät. Das war zu spät. So, Deluxe-Bahn. Nein, ich möchte kein Gebäude anmalen, ich möchte es bauen. So, das war zu spät. So, Special Fish. Wall-Eye fehlt uns sogar noch. Aber dazu müsste es mal regnen. Wir gucken mal, dass wir Marnie noch einen Diamanten bringen. Boah, sonst hängt nicht wieder... Marnie ist wieder hier, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Na, das wollte ich eigentlich nicht. 12 Okay. 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 Heleines. Hinter der... Genau. Hier. Hier. Wow, 500 Gold. Danke für nichts deines. Ich hätte ja gehofft, dass er wenigstens irgendwie ein Rezept reinschmeißt oder so. Eine Knochenflöte. Vielen Dank. So, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Joja Koda kann hier rein. Wolkig. Wolkig. Okay, die Geister sind sehr happy heute. Ah, okay, ich nehme es zurück. Er wirft tatsächlich ein Crafting-Rezept rein. Fasersamen. Ich meine, es passt zumindest zu ihm. Das Entenei packen wir mal schön in den Inkubator. Oh, okay. Oh, okay. Nice nice. Das muss ja alles inzwischen nicht mehr die gleiche Qualität haben, oder? Das muss ja alles inzwischen nicht mehr die gleiche Qualität. Das muss ja alles inzwischen nicht mehr die Qualität. So, mal gucken, ob wir das abgeben können, aber ich habe fast schon die Befürchtung. Oh nein. Ja, oh, es geht sehr gut. Okay. 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 So, das packen wir mal da rein. So, wir versuchen nochmal bei Marni reinzukommen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Marnie? Ach, die haben wieder ihr Kulttreffen. Schaut hat bald Geburtstag. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ab hier geht gerade voll ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist so ein Arschloch. So, Marnie! Na also, zwei Herzen. Beim nächsten Besuch holen wir uns die Shorts. Ah, also anscheinend kriegt man auch durch die Special Orders Freundschaftspunkte, das ist schon mal gut. Oder? Auf jeden Fall bin ich jetzt bei vier Herzen mit ihm. Das heißt, er müsste mir eigentlich bald beibringen, wie man Wild Bait macht. Schauen wir mal, wie es aussieht. Noch 90 Dusk Sprites. Slime sind wir nicht mehr, das ist... Slime sind wir nicht... Es wird Zeit, dass wir diesen Ring kriegen. Es wird Zeit, dass wir diesen Ring kriegen. So, ich möchte jetzt mal ein Arschloch machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke, erstmal so einen Stein in der Fresse haben. Sehr gut. Das war's für heute. 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 Moment, wir jagen auch direkt natürlich was durch die Öfen. Wir machen die Öfen. Okay. 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 So, alle verrecken bitte. So. Eisen. Eisen. Ach komm schon. Jetzt gib mir ne Leiter. Ach komm schon. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt, na, bitte eine Treppe. Aber so viele Dusts, weil es dürfte uns ja eigentlich auch nicht mehr fehlen. So, jetzt, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt. So, jetzt, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt. So, jetzt, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt, dann, wenn es die Treppe gibt. ja endlich zeit für den besten ring im spiel zumindest bis jetzt zu den kombinierten ringen so ganz ehrlich magnet ring das geben wir mal dem zwerg dann fahren wir mal noch ein bisschen gold und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist sogar jetzt doppelte Drops von allem zu kriegen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, dann haben wir nämlich auch schon wieder eine stattliche Menge Gold gefunden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, den Rare Seed hätte ich natürlich auch mal. Wahrscheinlich war das sogar der Samen, den ich gebraucht hätte. So, hier kommen wir. So, machen wir es so. 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 Ah, wir nehmen mal den goldenen Pils und versuchen den mal den Zauberer zu schenken. So, das klingt so falsch. So, wenn man einmal das Unkraut hier hat und schon macht man die Häfte der Bäume weg. Okay. So, das ist, dass wir uns Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Zauberer, bist du da? Ja, ich wollte schon sagen, das ist ein Geschenk, was er mag. Wie lange ist Marnie da? Bis vier. Ja. Ja, ich wollte schon sagen, das ist ein Geschenk. So, wir holen es einfach mal alles ab. So, wir holen es einfach mal alles ab. So, wir holen es einfach mal alles ab. So, jetzt wo ich nämlich hier in dein Schlafzimmer gehen kann. So, wir holen es einfach mal alles ab. So, unser letzter Salat. Ich denke mal, ab jetzt wird unsere Ernährung in erster Linie aus Käse bestehen. So, wir holen es einfach mal alles ab. Wir müssen dann denken, dass wir morgen auf jeden Fall bei Krobus wieder einen Iridium-Strong-Tag kaufen. Wir müssen jetzt noch einen Iridium-Strong-Tag machen. So, soviel zum Thema Cinder-Sab-Forest, weil dich ist hier jetzt erstmal nichts mehr. Komm schon, spiegelt mir einen Fisch. Wow, ich muss einfach gar nichts machen. Karpfen, will man den unbedingt essen, wenn man ihn hier rausgefischt hat? Soviel zum Thema Cinder-Sab-Forest. Soviel zum Thema Cinder-Sab-Forest. Also irgendwie klappt das gerade mit dem Fisch noch nicht. So Louis, du bist hier vorne. So Pam will Alkohol. Aber das machen wir mal nicht. Wow. Alter. Dann kommen wir wieder nur die Billofische, ist klar. Ich finde es erstaunlich, dass hier die Karpfen alle goldene Qualität haben. Ich finde es sehr gut. Ja, noch ein Buch. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Komm schon, gib mir nochmal den einen Fisch. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Ja, 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 ja. Na also, legendärer Fisch, nur mal zwei. Ich glaube, ob der Mutantenfisch mehr Punkte gibt als der Anglerfisch. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Ich bin mal gespannt, wann wir alle von denen haben. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier und wir holen direkt auch mal den Käser. Spirits Eve, was war das nochmal? Spaghetti. Spirits Eve, was war das? Spirits Eve, was war das? jetzt auch automatisch. Ich hätte langsam mal nichts gegen ein paar große Eier. Okay. Na, nein, ich will in die Stadt. Neue Belohnung. Und was gibt es? Es gibt... Scheiße. Moment, Freitag ist wieder der Tag hier. Das heißt, wir gehen zu Krobus und dann versuchen wir mal das, was der fliegende Händler hat. Wie wir das Krobus mag, so hat das eigene Zeug, was er vertickt, ne? Nein? Hä? Ich bin ein Fairverd. Ja, hier ist noch mehr Wald, weil wir noch was abholzen wollen. Doch, ich wollte schon sagen, der fliegende Händler ist da. Aber nichts, was mir weiterhilft. Ich bin ein Fairverd. 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 Vielen Dank. Okay, ich habe das Gefühl, die Gegner machen Schaden basierend darauf, auf welcher Ebene sie sind und nicht, was für ein Gegnertyp sie sind, weil diese Krabben sollten eigentlich nicht so viel Damage machen, habe ich das Gefühl. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 9. 10. 11. 13. 13. 14. Das war's für heute. Na komm da raus. Na komm da raus. Na komm da raus. Ich hätte langsam mal wirklich nichts gegen ein besseres Schwert, aber dazu bräuchte ich langsam mal einen prismatischen Schlitter. Ich meine, wir könnten gucken, was die Monster-Gilde noch hat, aber ich habe das Gefühl, die wird nichts besseres haben. Käse. Okay, die Schuhe sind nicht so gut wie das, was ich jetzt habe. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Level 9 Combat, Iridium Bang und Squid Ink Ravioli. Okay, da ist bis jetzt aber noch nicht so viel Sinnvolles dabei. Blitz und Donner. Sehr gut, das heißt, wir können morgen den Tag mit Angeln verbringen. Ich will auch nicht Milka merken, sondern Asgore. Aber ich hätte vielleicht, ich hätte das Tier nicht so nennen sollen. Okay. 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 So, Erdkristall. So, Erdkristall. So, und jetzt noch die ganzen Kürbisse hier ernten. Hm? So, Erdkristall. So, Erdkristall. So, Erdkristall. So, Erdkristall. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, kann ich in die Stadt oder nicht? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Fest nicht erst abends ist Okay, also Licht Ich weiß jetzt nicht, ob das Fest nicht erst abends ist Wann soll denn das Fest losgehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das Fest nicht erst abends ist Ich weiß jetzt nicht, ob das Fest nicht erst abends ist Ich weiß jetzt nicht, ob das Fest nicht erst abends ist Untertitelung des ZDF, 2020 So, aber langsam wüsste ich jetzt mal gerne, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal. So, ich bin jetzt mal, was da hergestellt ist anscheinend. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann. So, ich bin jetzt mal, wann ich zum Fest kann. Dann können wir da unsere ganzen Fässer reinpacken. So, ich bin jetzt mal. 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 Wow. Drei Uhr und es geht immer noch nicht. Was soll denn das? So, wenn Abigail schon da steht, dann kriegt sie auch direkt erstmal einen Amethysten von mir. So. Anders fest jetzt, also mal langsam losgehen. So. 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 So, dann holen wir mal grad die Tree Tapper wieder von den Dingern runter. So. 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 Ja, einer. Wißen? Ja, einer. Das ist ein Derbeer. Das ist ein Derbeer. Der Beer der Beerdigte. Das ist ein Derbeer. Das ist das Derbeer. Das ist der Derbeer. Das Ding ist Ja, oh, hier Wo wart ihr, als ich euch gebraucht habe? Als ich euch gejagt habe? Ah, das Fest ist es genau Rarecrow Na, die Geschichte hier mit dem Mit dem Labyrinth Die machen sich voll die Mühe Dieses Labyrinth aufzubauen Und keines der beiden Kinder darf rein Für wen macht ihr euch dann die Mühe? Das ist eine Sackgasse, Harvey Okay, du versteckst dich Das ist eine Sackgasse Das ist eine Sackgasse, die Mühe Und dann geht es Die Mühe Die Mühe Die Mühe Das ist eine Sackgasse Und dann geht es Das ist eine Sackgasse Und dann geht es Juhu, goldener Kürbis! Juhu, goldener Kürbis! Juhu, goldener Kürbis! Okay, ja, Kürbisse geben krass viel. Hunderttausend. Das erste Mal auf einem sechsstelligen Betrag. Artischocken-Dip. So, Wedermausflügel. Okay. 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 So, das Ding arbeitet schon. Okay. 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 So, aber dann ist das nämlich jetzt auch kein Problem mehr. Okay. Und Cranberries. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, erstmal gucken, wir brauchen für Das Eichenzeug, das sollte nicht das Problem sein, Iron und Copper Wir brauchen von beidem wesentlich mehr Einer, zwei, drei, vier Fehlt im Moment der Tepper So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, ich möchte gerne weiter. 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 So, und jetzt geht's mit Eisen weiter. Und hoffentlich auch vielen Staubgeistern. Alter, direkt mal voll ausrasten hier mit dem Eisen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sieht auch vielversprechend aus. Aber so richtig Kohle droppen wollt ihr auch nicht. Das sieht gut aus. Dann geben wir das dem Zwerg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, machen wir es hier. Das kann alles weg. Das sieht gut aus. Das können wir dann im Sommer Sternfruchtwein machen können. Am besten haben wir bis dahin auch schon den Keller, haben den mit den anderen Fässern vollgemacht. Und ich will das Gewächshaus möglichst bald, weil ich möchte eigentlich im nächsten Frühling direkt mit Erdbeeren durchstarten. Ich meine, es wäre auch nicht zu schlimm, wenn wir sie doch noch kaufen müssen, weil Erdbeeren sind auch mit einer Ernte schon profitabel und mit der zweiten erst recht. Aber es wäre natürlich geil, wenn man mal alle fünf Ernten rausbekäme. Aber ich weiß noch nicht, ob das realistisch ist. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.